La ilaha illallah, Mohammed und Rasulallah. Zum Beispiel, jetzt stürzt eine 25-jährige Silke mit grünen Augen und die sagt, hilf mir und die liegt am Boden, was sagst du und gehst weiter, die ist gestürzt, die braucht Hilfe, das ist eine andere Situation, aber natürlich an Stellen anfassen, die nicht problematisch sind, okay? Ihr versteht, was ich meine, ich muss nichts weiter erklären, naja, nicht, dass du anfängst, tut's hier weh, tut's da weh, mir tut's auch weh, dass ruhig ich dich heiraten kann, das geht nicht, sondern du versuchst sie so unproblematisch wie möglich zu helfen und wenn es dabei sein muss, die Hand auch von ihr anzufassen, ist das kein Problem in dem Sinne, weil es hier um Hilfe geht. Bis zum nächsten Mal.